und da sind wir auch wieder du hast nicht mehr sollen die sich die Wunsch der gerade hatten doch okay die die Strecke okay dann lassen das weg aber danach die am Arzt lang und dann ja die Zeit weiter demnächst und ja wir haben es gerade schon aufgenommen hat aber die Gegner waren unlogisch und gegen unlogisch die die 8 ja dass sie ein Level für 2 2 2 ja die 2 die kommt darauf 2 2 Flugplatz schon wieder Flugplatz das hat man doch gerade erst Anlage ist ein Job ich bin der Wettbewerb in der Gelderung ist ein Traum der hat sich ich bin aber das Grün ist gelöst da ist es der Stiftung so ich nie Aka es ist bei den Powerjäger die Teilnehmer Sprengstoff oder Rauchbombe immer auch der Ersatz wird das war noch auf die Gegner waren blöd ist es ist gerade ein bisschen langweilig wir machen es aber nur eine Runde dann weil gestern hat wenn er nicht lange Runde gehabt also ich nehme schon ein bisschen Voraus auf ihr beide also morgen bin ich ja auf der Gamescom Gamescom da kommt es nur in die Halle ab zwölf die Welt sind diejenigen von Spielen es gibt nicht nur Hello Kitty ja nicht so viel zu hoffen ja es gibt schon ein paar gute Spieler du hast an sich schon recht ich bin aber die vier wählen ja sehen kannst du es ja darf es nicht spielen ich bin das Spiel der Spiel darf sich aber ansehen konnten darfst du und mit viel ja das ist cool die Spieler an sich wie man anders erspielen ich bin ich so bis dahin sieh ich sieh ich ja es war und ich komme zu dir nein wer 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 ich hab die Grenze ich hab die Grenze ich hab die Grenze ja ja ich hab gesehen das war wie so ein Typ der nur um sich gestern hat ah da ist der Nächste zum Webster ah Gott ich hab die einen gesnipert und er hat mich währenddessen auch gesnipert ich hab mir grad eine Schrotpistole genommen ja die ist gut wir müssen die aufweiten, die dürfen nicht einen Schatz reinmachen ja warte ich will erst mal die Ausrüstung wechseln äh ich bin die AK wieder die machen jetzt einen Schatz rein die machen Schatz rein die machen Schatz rein ja die machen Schatz rein sicher? ja weil unser Team zu dumm ist um einen Schatz in einen Schatz zu nehmen ich hab grad gespawnt ich hab grad die ganze Zeit wegläuft das fackt ab ja naja warte ich komm mal dahin wo grad die Granate explodiert ist ja ey wie geil die löfte ich mal die Granate und verrägt nicht oh fuck die ist bei mir die ist bei scheiße roll dich weg, roll dich weg, ja verklassert und die hat den Schatz den hab ich die hat verklagt, dass die den Schatz hat den weil die dumm ist ach so ist das dumm den Schatz zu haben nein aber das ist dumm wie die spielt war wie der hinter die gespawnt die will spiel beweisen, das merkst du voll die will sagen, oh guck mal, ich hüpfe ein Skill aber die hat's nicht und ich durfte auch jetzt nicht verreckt, oh wer scheiße man das warte, 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 bleib hier bleib hier ok ich krieg die Granate, da ist das toll ich werf auch noch eine ey, das muss ich mal was du sagst ah, das hat mich nicht am, ähm, Mg ok gib mir Deckung, gib mir eine Deckung ah scheiße oh ich hab den Deckung drin das darf also was hab ich getan ja, da kann ich die Granate da ist einer, da ist einer, da ist einer Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mit dem Fall. Ich bin hinter dir. Oh! Ey! Wow! Die Frau ist psychologisch mit ihrer Sniper. Ich nehm Call 7. Ist mir nicht scheißegal. Dann müssen wir alle zuhaten. Wieso ist die Call 7 scheißen? Das ist ne Mutwaffe. Ist mir scheißegal. Die Frau mit ihrer... Gehackten... Drago noch ein bisschen besser. Ja! Nein! Der ist doch jetzt noch! Einer! So hast es mir nicht geholfen. Du weißt, war ich beschäftigt, oder? Ich bin wieder hinter dir. Was ist das denn? War das gerade ein Auto da? Was da stand? Was soll sonst sein? Frage. Da oben ist einer. Ah! Fuck! Oh, Benni. Du bist nicht schweißiger. Nein, nein, ich bin nicht schweißiger. Nein, nein, ich bin nicht schweißiger. Oh, Mann. Da haben wir gerade zwei. Und eine davon war diese komische Frau. Da, die Frau meint. Die hat eine gute Waffe. Ich hab' die nicht schweißiger. Und ich brauche Schweißschläge. Ja, brauchst du. Also ich will jetzt erstmal... Okay, da hinten ist die verdammte Truhe. Ich werd' die jetzt mal bewachen. Nein! Wieso? Weil wir den Schatz in die Truhe reinbringen sollen. wir haben die uns der Schatz denn wenn die Dauer das heißt und ich schaffe es nicht der der das ist der Fall ich nehme es als Ausrüstung um einen Sniper ich kann mich hinter dir spawnen doch jetzt kann ich ich hab jetzt einen Sniper genommen dann stell dich hier oben drauf und dann stell dich so dass wacht ich hab hier verliebt hier ist ein T-Beutel die Frau kommt bei dir da 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 durch das Fenster da war die irgendwo die hat mich grad gekillt ich hab Angst vor der ich auch warte ich bin hinter dir die war nicht da 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 oben da oben da ist sie Sniper die weg äh ich bin der Sniper T-Beutel Schuss ach oh oh die kommt von hinten Sniper und Achtung die kommt von hinten ja ich verreck eh du bist du das? ja ja na dann dieser da ist ein Typ da ist noch ein Typ das ja ey die hat nur als Klantäger L soll es mal gegen H austauschen oh man ja ja ist doch einer ja gut ich glaub ich sind sie ich geh jetzt erstmal in die M-G-O oh nee ich nehme das Einsatzschild das magisch oh Gott was denn willkommen im Noobland also ich finde das ganz gut das Einsatzschild ja das ist die M-G-O ich bin trotzdem gut ist jemand den es killen kann oh ja oh 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 da ist die da oben da ist die da oben da ist die da oben ja 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 stimmt oh da ist schon wieder einer ok 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 ich hab mal gekillt echt ja herzlichen Glückwunsch ich glaub so den kill hat jemand anders gekriegen aber ich glaub ich hab ein Assisten gekriegt ich hab mit der Hand Feuerwaffe hier äh auseinander genommen oh fuck da ist die um die Note ist wieder da die Note ist da die Note ist da ich rolle ich rolle ich rolle ich bin gestorben ich bin gestorben und hab die beiden Leveler ich gehöre ja ist doch gut ja find ich auch ja find ich auch krieg ich jetzt irgendwelche neuen Waffen ja ich hab auch noch 5 Leveler oh Level 3 sind wir nicht jetzt ich krieg bald ne 3 Level noch ey da ist das auch schon wieder man da ist die Überlacht in der Korre ja ist Benni geh zur Schatzruhe da fand ich nicht schnell du musst die Frau aufhalten ja ich bin da schon so gut wie da mein Gott die Frau ist da die Frau ist da und Mann und Mann das sind zu viele nein geh nicht auf dann muss man aufhalten und verlieren Benni du brauchst 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 ja ich Granate ok dann äh Simon wird jetzt erstmal ein bisschen mit mir schimpfen bis zur nächsten Runde bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich